Die Nachbarn haben wieder die ganze Nacht Lärm gemacht. Pjot Ivanovic klopfte ein paar Mal an die Haustür seiner jungen Nachbarin, vergeblich. Er schien, dass sie nur noch aktiver wurden. Er hörte sogar seine Vermieterin in der Wohnung der Nachbarin betrunken lachen. Dann setzte laute Musik ein. Pjot Ivanovic stand mühsam aus dem Bett auf und zog sich den Morgenmantel über. Mit schlurfenen Schritt ging er auf den Treppenabsatz und läutete bei der Nachbarin. Was willst du, alter Mann? fragte sie, nachdem sie die Tür geöffnet hatte. Später, es ist zwei Uhr morgens, antwortete er müde. Ich kann nicht schlafen, du bist zu laut. Er kann nicht schlafen, rief die Frau in ihre Wohnung. Ein großer Klotz erschien an der Tür. Es war Svetlana's Freund, der mit ihr mehrmals pro Woche bis in die Morgenstunden trank und feierte. Wo ist das Problem? fragte er Pjot. Hey Mann, warum nimmst du nicht eine Schlaftablette mit Wodka? Du schläfst danach wie ein Baby. Svetka lachte. Sascha grinste und sie schlugen die Tür vor der Nase von Pjot Ivanovic zu. Der alte Mann schlurfte schließlich zurück in seine Wohnung, nahm ein Beruhigungsmittel und zog die Decke über seinen Kopf. Die feiernden Leute störten scheinbar nur ihn, denn die andere Wohnung stand leer und die Vermieterin war selbst Gast auf der Party. Während das alte Paar darunter taub war. Er war 80 Jahre alt und hatte keine Kraft mehr. Svetka und ihr Freund warfen auch Zigarettenstummel vor seine Haustüre, doch seine Beschwerden bei der Vermieterin wurden nicht erhört. Sie ließ ihn alles durchgehen. In dieser Nacht schlief Pjot erst, nachdem er Beruhigungsmittel genommen hatte. Er träumte von seiner Familie, seiner Frau Nataschenka und seinem Sohn Sergej. Natascha starb vor mehr als 20 Jahren. Ihr Herz hielt den Kummer nicht aus, als sie den Brief mit der Information über den Tod ihres Sohnes erhielten. Von Kindesbein an träumte Sergej davon, Soldat zu sein. Er war sportlich und lernte viel, um sich für die Militärschule zu qualifizieren. Doch er erreichte nicht genug Punkte, um auf die Schule zu gehen. Er gab jedoch nicht auf. Schließlich gab man ihm eine Chance und er ging tatsächlich zum Militär, obwohl seine Mutter versucht hatte, es ihm auszureden. Was soll denn schon passieren? Die Zeit der großen kriegerischen Auseinandersetzung ist vorbei, sagte er seiner Mutter. Doch dann kam alles anders. Es brach die kriegerische Auseinandersetzung um die Krim-Halbinsel aus und Sergej wurde mitten ins Geschehen beordert. Anfang schrieb er noch Briefe, doch dann nichts mehr. Piotr Ivanovic ging zum Büro für Militärregistrierung und Rekrutierung, um wenigstens etwas herauszufinden. Dort beruhigten sie ihn erst einmal. Nichts zu hören sei völlig normal. Dann klingelte es wenige Tage später an der Tür. Ein Vertreter des Militärs stand an der Tür. Ich bin hier, um sie zu sehen, sagte er und bedeckte seine Augen. Ich muss sie über den Tod ihres Sohnes informieren. Er stammelte etwas von, heldenhaft gestorben, seine Position zu verteidigen. Alles wurde schwarz. Ihr einziger Sohn, Stolz und Hoffnung, Tod. Natascha wurde noch am Abend mit dem Krankenwagen abtransportiert. Und am nächsten Morgen war sie verstorben. Ihr Herz verkraftete den Tod ihres Sohnes nicht. Der ehemalige Lehrer Piotr ist nicht wirklich einsam. Denn seine früheren Schüler kommen ihn besuchen. Und sogar die Presse kam einmal vorbei, um ein Porträt über seinen Sohn, den Kriegshelden, zu machen. Er hat sich mit seinem jetzigen Leben abgefunden. Alles wäre gut, wenn seine Nachbarin sich nicht so unsäglich aufführen würde. Sie hatte überhaupt keinen Anstand. Und doch war ihre Mutter Katharina sogar mit seinem Sergei befreundet gewesen. Piotr Ivanovic erinnerte sich, wie er Katharina und seinem Sohn im Park spazieren gehen sah. Natascha und Piotr dachten, sie würden heiraten. Und dann wurde Katja plötzlich mit einem Geschäftsmann verheiratet. Und bald darauf brachte sie Svetka zur Welt. Natascha dachte zunächst, dass sie die Tochter von Sergei sei. Es schien ihr, dass das Mädchen wie ihr Sohn aussah. Doch als sie Katharina darauf ansprachen, wurde sie sehr wütend und wollte keinen Kontakt mehr. Sie ist nicht mal zu Nataschas Beerdigung gekommen und vor zwei Jahren verunglückte Katja mit ihrem Mann an einem Autounfall. Svetka wurde vollweise. Diese setzte ihre mütterliche Tradition in Form ihres Verhaltens gegenüber Piotr Ivanovic fort. Sie grüßte ihn nicht. Sie verhielt sich ihm gegenüber rücksichtslos. Als ob ihr das Spaß machte. Ja, er hatte den Bezirksbeamten wegen Ruhrsteuerung angerufen. Aber das war nur zweimal und gebracht hatte es nichts. Doch eines Abends klingelte es plötzlich an der Tür. Piotr Ivanovic war gerade so schön eingenickt. Es war Svetka. Was willst du? fragte er sie. Ich brauche einen Korkenzieher, erwiderte Svetka betrunken. Ich habe keinen und werde die Polizei rufen, wenn ihr wieder bis in die Puppen leer macht, antwortete Piotr. Oh, da habe ich aber Angst. Als ob das etwas bringt, alter Mann. Lachte Svetka verächtlich. Er fragte sie darauf hin, was sie eigentlich gegen ihn habe. Sie antwortete, dass sie nur seine Wohnung haben wollte, wenn er gestorben war. Dann gehöre ihr und ihr Freund die ganze obere Etage. Du machst eh nicht mehr lange, du alter Bock. Bedrohlich schwankte sie auf ihn zu. Er schloss erschrocken die Türe und beschloss am nächsten Morgen zur Polizei zu gehen. Gesagt, getan. Piotr wollte eine Aussage und Svetka endgültig einen Strich durch die Rechnung machen. Doch die Polizisten auf dem Revier sahen seine Schilderung als die Wahnvorstellung eines alten Mannes ab, der zur Übertreibung neigte. Sie wollten ihn zum Arzt schicken, damit er neue Medikamente bekäme. Schließlich waren sie schon mehrfach bei ihm zu Hause und konnten keine Auffälligkeiten seitens seiner Nachbarin entdecken. Piotr war verzweifelt und verlangte mit dem Revierleiter zu sprechen. Dieser hörte den Tumult vor seiner Türe und verschließ schließlich sein Büro. Piotr war sichtlich aufgeregt und der Revierleiter wollte einen Krankenwagen rufen, weil er einen Herzanfall vermutete. Ich brauche keinen Krankenwagen. Ich habe Medikamente dabei, sagte Piotr unwirsch und suchte in seiner Brieftasche nach dem Medikamentendöschen. Dabei fiel das Bild seines Sohnes in Uniform auf dem Boden. Der Revierleiter sah es und wurde kreidebleich. Kennen Sie diesen Mann? fragte er Piotr. Ja natürlich, das ist mein im Krieg verstorbener Sohn, antwortete Piotr überrascht. Wissen Sie, dass ich Ihrem Sohn mein Leben verdanke? fragte der Revierleiter. Er warf sich auf die Handgranate, die inmitten unserer Gruppe landete, um uns zu retten. Er ließ sein Leben für uns alle. Beide Männer waren zu Tränen gerührt. Schließlich nahm sich der Revierleiter viel Zeit für Piotr und nahm seine Anzeige auf. Er schickte sogar jemanden, der nach dem Rechten sehen und Svetka in ihre Schranken weisen sollte. Dieses geschah dann auch eines Abends genauso. Svetka hatte versucht, den alten Mann wieder einzuschüchtern. Doch sie hatte nicht mit dem Polizeiberamt gerechnet, der hinter der Türe stand. Er stellte sich schließlich in einer Befragung heraus, dass Svetka tatsächlich die Tochter von Sergei war und dies kurz vor ihrem Tod von ihrer Mutter erfahren hatte. Sie hatte nach Piotts Tod ein Anrecht auf seine Wohnung gehabt. Doch Piotr wusste dies zu unterbinden, indem er seine Wohnung in seinem Testament einer gemeinnützigen Organisation vermachte. Svetka ging dagegen leer aus. Zufälle gibt es immer wieder. Diese Geschichte lehrt uns, dass wir immer schutzbedürftigen alten Menschen helfen sollten. Denn man weiß nie, was wir ihnen zu verdanken haben. Wie hättest du an Piotts Stelle reagiert? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Ich bin gespannt.